Nächste Station Aachen Rote Erde. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station Aachen Rote Erde. Ausstieg in Fahrtrichtung. Nächste Station Aachen Rote Erde. Nächste Station Aachen Rote Erde. Ausstieg in Fahrtrichtung. Nächste Station Aachen Rote Erde. Nächste Station Aachen Rote Erde. Nächste Station Aachen Rote Erde. Ausstieg in Fahrtrichtung. Nächste Station Aachen Rote Erde. Ausstieg in Fahrtrichtung. Nächste Station Aachen Rote Erde. Ausstieg in Fahrtrichtung. So now we are walking to the cathedral in Cologne. Oh, it looks really huge. I mean for capturing it I need to do it. What? I don't know. Es ist wirklich winty und kold. Es ist wirklich, wirklich kold und kold, weil der Wind, vielleicht. Oh, das ist ein. Das ist schwer zu sehen. Oh, okay. Ich meine, das ist sehr lang. Ich denke, wir können da sein. Ich denke, wir können da sein. Das ist richtig. Ja. Ja, das ist, ich meine, das ist nicht, aber es sieht gut. Ich denke, es ist gut. Ich denke, es ist gut. So, wie sieht es in der Dome? Es sieht gut, richtig? Ja. Ich denke, es ist 360 Grad. Ich denke, es ist da nicht. In der Dome. Es ist der German. Ich denke, das ist gut. Ich denke, das ist gleich. Jetzt sind wir in der Fristmas-Marketing-Ballon. Es ist wirklich mit Leuten, die Leute, 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 die Leute. Das ist dann noch 20 Sekunden. Ich habe den Schreie gesehen, aber ich habe den Schreie gesehen. Ich habe den Schreie gesehen, aber ich habe es wirklich gut. Die Tie ist klingelt. Ja, ich denke so. Let's see where we find the ATM, most places in the Christmas market in Cologne, they don't accept cards, so sadly contrasting to what we expect in Netherlands, you need to have a lot of cash, euros with you to pay, oh, this is again a strange structure, I don't know about this, glowing lights, something moving, oh that's even nice, like a ferry ride, fancy toy train ride or something, and you would enjoy your food with ос deinen dassаничical hours and not late then though I look into the hallway, the flat pocket, you know, it looks like a beautiful place to Bis zum nächsten Mal.